Willkommen bei einer weiteren Episode Spook-O-Rama-Zombie-You! Im letzten Part... Oh Gott, im letzten Part wird's immer schlimmer. Was ist hier überhaupt? Schlag mal die Lampe. Wow, ist ja meine Augen schmutzig. Das ist ne Kamera, Anthony. Soll ich die Kack hier scannen oder was? Ja, scannen irgendwas. Haha, was ist es? Was ist dieser fucking Scheißdreck? Der da? Ja, ich denk das musst du scannen, oder? Ja, der hat den Wegpunkt, ja. Ja, ja. Ah, jetzt kannst du hacken. Gut, die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Ja, okay. Du musst nur sagen, es ist safe aus. Ah! Oh, töt ihn, töt ihn, töt ihn! Okay, deswegen... I believe I can fly. Okay, scannen dann nochmal, scannen. Oh, wie? Was? Wie fett bist du denn? Junge! Ist er tot? Gnadenstoß! Alter! Scannen! Das war's, oder? Wie kam der so schnell dahin, mein Freund? Das Plündern. Leer. Meine Fresse! So wenig halten. Da war's doch nix! Das war so... Ja. Kann man ein Stück scannen immer wieder. Fucking kacke! Das ist echt schlimm, diese Jum... Halt! Das war nicht mal ein Jumpscare, die haben da einfach einen Zombie hingelegt. Eh! Eh, das kommt weg! Das kommt... Eh! Eh! Yeah! Oh, ich dachte da hinten ist jetzt... Okay, jeder... Warte, was? Das ist ein Elektro-Zombie! Kehr zurück zum Safe aus, Anthony! Wow, das ist ein Punk! Ein Punk-Boy! Vergiss nicht, dass du noch eine Pinstole hast! Oh fuck, okay. Scheiße! Scheiße! Renn, 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 renn! Ich renne, ich renne, ich renne! Ich renne nicht ein, ey! Scheiße! Geh zum Gulli! Weißt du noch, wo der Gulli ist? Wo ist der Gulli? Weißt du nicht mehr, wo der Gulli ist? Nein, weiß ich nicht! Geh dann durch die Tür oder nein, wieder! Ich chill! Ich chill, ich chill! Ich bin richtig chillig! Geh einfach durch die Tür nochmal! Okay, wo ist der Gulli? Schau, ob hier Zombies sind! Die sind hinter dir noch, oder? Ja, die kommen dann hinten raus! Okay, ich kann nicht Pause machen, um mal auf die Map zu schauen! Ja, das war auch irgendwie... Hast du Musik? Okay, jetzt kommt die Musik, ja! Okay, also das heißt jetzt... Geh wieder am selben Punkt raus... Und dann weißt du nicht, wo der Gulli ist! Kannst du dir nicht merken, wo... Ah, ich muss auf dem Weg da wieder zurücklaufen, ja! Achso, ja, mach was du willst! Ist mir doch egal! Hoffentlich ist da hinten kein... Aber... Renn, also renn! Der ist immer noch da hinten! Renn einfach weg! Wo, 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 wo! Keine Ahnung, wo... Oh ja, hier! Okay, die kommen da aber schon runter, oder? Geht zurück in Safe House, Entity! Ich bin halt sorry! Ich bin halt ein bisschen gestresst, wenn es so ein schlechte Zombie-Überlebende hier gibt! Noch mehr! Wie viel Türen muss noch durchgehen? Ah, da ist es! Okay, da ist es! Junge, erschreck ihn du mich haben! Ich bin wild doch im Ding! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich bin halt ein Pistoten! Du Vollidiot! Ich hab voll vergessen auf den... So, hättest du einfach nur einen Wegpunkt auswählen müssen! Ich hab voll vergessen, dass man auf den Gulli draufdrücken muss! So schnell geht das halt, wenn man nicht aufpasst! Fuck, wir sind bei drei Minuten! Ja, weißt du was? Ja, aber die sagen, spielen wir einfach den Multiplayer, oder? Ja, aber spielen wir einfach eine Runde den Multiplayer! Also, das war dann unser kleines... Fucking! Playthrough von Zombie-U! Ich hab's einfach vergessen, den Gulli zu zeugen, ey! Also, wir spielen jetzt den Multiplayer! Der ist ganz swaggy-Kofsky gegen ihn! Ja, der ist echt cool! Wo ist der Pro-Controller? Als ob ich mit der Wii-Family die noch spiele! Ich dachte halt! Du spaßt! Also, ich bin König der Zombies! Ich heiße Swag-Meister! Und ich bin Waluigi! Los geht's, los geht's! Also... Also... Ja... Eigentlich wollten wir den Modus als ein Extra-Part machen, aber jetzt, da Anthony gestorben ist und vergessen hat, wie man Gullis verwendet, spielen wir jetzt den Modus jetzt! Und zwar ist endlich der Überlebende und ich kann Summies auf mein Gamepad hinlegen! Und lass uns einfach... Soll ich das aufnehmen mit der Kamera? Nein, scheiß drauf! Das ist sowieso unwichtig auf dem Gamepad! Das ist spannender, wenn man nicht weiß! Ich werd einfach sagen, was ich mach, scheiß drauf! Also, ich seh einfach die Map so... Okay, ich nehm' immer die AK! Okay, wo bin ich? Ziel ist... Äh, Spiel ist es... Moni! Also, ich bin der Überlebende, ich spiel' kann mit dem Pro Controller und man muss flag'n ein. Und flag'n immer ein, indem man... Indem ich darin steh' oder Maxi bestimmte Zombies? Okay. Wow! Wow! Wowziers! Da kommen zwei Zombies, Anthony! Pass auf, auch die Mean Zombies! Und hier! Okay, die Flagge gehört bei mir, ne? Ja, ich weiß! Ich hab grad richtig Angst! Hey, Bro! Hallo! Hallo! Hallöchen, Anthony! Okay, Flag'n gehört mir! Ja, ist eigentlich relativ egal! Leben in dem Überlebenden! Leben in dem Überlebenden! Okay, ich seh' das Maxi da links! Jetzt! Ups! Shit! Fuck! Pisst euch! Okay, ähm, ich bin hol' mir den... Fucking, ja! Okay, den halt! Oh, wow! Wow! Okay, ich muss probieren, direkt auf ihr rück! Fuck! Ich hab'... Wie wechselt meine Waffe? Wie wechselt meine Waffe? Hilfe! Okay, ich hab' die Pisse! Shit! Sieht's aus, als wärst du tot, Anthony! Geh' doch weg! Scheiße! Okay, die Flagge gehört dann hier! Okay, schnell, schnell! Nee, geht's nicht! Fucking... Schnell! Ja! Wieder aufstehen! Okay, die Flagge gehört hier! Ja, ist auch gut so, ne? Okay, wo ist die andere? Ein Punkt für die Zombies! Ja, das schaff' ich noch! Der Punkt ist für die Zombies! Okay! Shit! Hey, mein Freund! Ah, ich hab' zu viele Zombies, wie's aussieht! Okay, 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 okay! Ja, das ist meine! Ja, das ist meine! Los geht's! Pass auf, wenn du den... Woops! Ich denke, ich hätte den anderen verwenden sollen! Okay, und wo kannst du die überall hinsetzen? Kannst du die da eigentlich hinten in die Ecke hinsetzen? Nein, kann ich nicht, denn da bist du immer! Ah, stimmt! Warum geht ihr da hin, ihr Fallidioten? Einen kleinen Bonus verdient! Das ist doch die Stimme von Carter Carlo! Ja, das ist jetzt die Karte! Deswegen hab' ich auch gedacht, der spricht dir doch irgend so! Aber ich weiß nicht worauf! Shit! Okay, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das, was ich dahin gesetzt hab! Ups, ups, ups! 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 Scheiße! Okay, okay! Ich se die alle! Ich se die alle! Ich se die alle! Ich se die alle! Okay, scheiße! Oh fuck! Ich hätte den anderen den sollen! Schild! Okay, egal! Okay, okay! Wie wechseln wir eine Waffe? Okay, da lebt noch einer! Tschüss! Das sind die sind noch überall welche, Anthony! Pass auf! Und Hallöchen! Bam! Bitch! Get out the way! Ey, schieß die doch direkt in den Kopf! Stirb bitte! Okay! Wird sehr lustig noch, Anthony! Huh! Also bei mir sieht man einfach nur die Map von oben! Okay! Ich glaub' ich muss gleich taktisch sterben! Musst du? Weil ich hab' nämlich keine Muni! Scheiße! Shit! 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 Stirb! Okay, okay! Ich kann nicht nachleihen! Scheiße! Okay, ich bin grad taktisch gestorben! Okay, schön! Granat ist praktisch! Nee! Ich bleib' dabei! Okay, Munition muss man immer holen! Okay, bevor er dann meine Flagge schnappt, hol' ich sie mir! Hey! Das ist nicht sehr nett, Anthony! Pass mal auf! Oh, shit! Wir sind ein paar Anthony! Uh! Das ist aber sehr gefährlich! Wieso schießt du mich auf den Kopf? Scheiße! Fuck you! Ah, sind das so... Fuck you! Fuck you! Sahle-Tamish! Äh, das ist eine Sahle-Tamish! Verpisst euch! Ha! Das wird ja immer besser! Einen kleinen Bonus verdient! Ja, wo?! Ja, irgendwo! Fass ich doch nicht! Das wäre ich sogar relativ egal! So ein Kaxäure-Sprung oder was? Okay, das ist meine Flagge! Okay, schön! Shit! Okay, okay! Ich hab's, ich hab's! Sieht aber nicht so aus wie ich! Geh! Geh! Weg jetzt! Okay! Steigt auf! Okay, ich hab' keine Munition mehr! Shit! Okay, die Flagge! Jetzt kann ich schneller Zombies machen! Die Flagge hol' ich mir! Okay, ist mir eigentlich relativ egal! Okay, 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 okay! Wo sind die anderen? Fighting Crime! Oh, nein! Fighting Crime! Rass du mir! Okay, verpiss dich! Also ich brauch' voll viel für diese Zombies! Das ist aber nicht sehr nett, dass du immer das mit meinen schönen kleinen Zombies machst! Und ich finde das einfach nur so respektlos von dir! Und so gemein! Wieso? Und ich hoffe, du stirbst jetzt deswegen, dass du meine kleinen süßen Zombies... Hey! Du dumme Bitch! Hahahaha! Hahahaha! Hach! Schnell! 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 Zehn! Schnell! Okay, cool! Hast du die Flagge gehört jetzt mir? Okay, ich jetzt wahrscheinlich... Wo... Wo sind die anderen Flanken da? Okay! Die Stelle ist voll gut! Ja, das ist jetzt... Okay! Sehr gemein! Wie viel hast du? Drei? Ja, das kann sein! Shit! Okay, ganz schnell, kommts! Ich find' schade, die Stelle ist für mich relativ dumm! Einen kleinen Bonus verdient! Aber was, warum rennst du dahin? Du Vollidiot! Oh Gott! Oh Gott! Rescue Rangers! Fighting Crunch! Shit! Okay, okay, verpiss dich! Hä? Hä? Wieso hast du den jetzt hier geschickt? Nein, die laufen selber zur nächsten Flagge! Das sind ja Flanken-Zombies! Okay, hinter mir ist einer! Ja! Okay, die Flagge gehört so gut zu mir! Okay, schön für dich! So, ich hab' jetzt einen ganz schönen kleinen Bonus für mich! Okay, 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 okay! Okay, das wird spannend! Wo? Okay, okay, okay! Okay, okay, okay! Das wird jetzt sehr spannend! Okay, steht dran dran! Oh nein, oh nein, oh nein! Jetzt ist die Frage, in welcher Flagge holst du dir? Okay, Muni, 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 Muni! Muni! Wo geht's dann? Alter! Wieso machst du das? Okay, ich darf jetzt nicht zulassen, dass du dir diese Flagge holst! Shit! Okay, ich hab' so gut wie gewonnen! Nein! Nein! Okay, du musst mich jetzt... Shit! Okay, das wird spannend! Nee, du hast gewonnen, denk' ich! So gut wie, ja! Jetzt lass' mich doch Sachen hinlegen! Vollidiot! Okay! Wo? Ah, der da, hm? Wie viel kostet das für dich? Dieser Zombie, den ich hab' mit einem Schuss getötet hab' Kaum! Kaum! Hey! Das geht! Das kostet gar nichts! Ah! Shit! Okay, ich hab' null Muni zum Glück! Gleich, hm? Okay, schön! Hey! Hier gibt's nen Erste-Hilfe-Kasten! Shit! Okay, ich glaub' hinter mir ist einer! Ja! Okay! Einen Applaus für unsere Spieler, bitte! Einen Applaus für unsere Spieler, bitte! King Bonnie! Okay, ich hab's so gut wie gewonnen! Also, wie kannst du noch Munition haben? Was soll der Scheiß? Okay, hier haben wir noch den Erste-Hilfe-Kasten! Nein! Was machst du da? Okay! Renn! Renn! Shit! Shit! Hol sie dir, mein Freund! Verpisst euch! Ah, jetzt haben wir dich! Jetzt haben wir dich! Geh weg! Geh weg! Ja! Shit! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Komm bitte! Warum kann ich grad nichts machen? Hä? Warum kann ich jetzt nichts machen? Was soll das? Hä? Ernsthaft? Bei mir sind einfach nur- Weil ich hab'n Item gesetzt. Oh. Oh. Das ist jetzt natürlich relativ unfair. Ja. Ne, dass niemand Pfannen kriegen kann anscheinend. Nein, ich kann nichts legen. Hey, wieso nicht? Haha. Ja, ich hab' jetzt einfach nichts bekommen, deswegen. Ich hab' alle Flammen blockiert. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, ich hab' alles blockiert grad. Alles. Oh, und jetzt geht's wieder. Die Abregelung. Ah, ich hab' grad alles abgelehnt. Ja, was, was für'n Scheißdreck! Haha! Gerade sah's doch gut! Wah! Okay, Leute, das war's dann mit Zombie U. Wir haben die Story gespielt und das war eigentlich alles jetzt. Ja, wir haben den Multiplay. Dieser Modus existiert nicht. Ja, wir haben das auch gespielt. Ich hab' gewonnen. Also hoffentlich hat euch Spookorama gefallen. Spookorama ist zu Ende. Wahrscheinlich kommt heute noch ein einzelnes Spookorama-Video. Aber hoffentlich hat's euch gefallen. Scheiß auf Zombies. Wenn Zombies kommen, nehm' ich einen Cricket-Schläger und bring' mich einfach selber um. Ja, tschüss. BURNING ZONE!